Ich heiß Jo Ronaldo, aber das ist egal, ich bin der CS7, ich spiel für Portugal. In der Vorrunde war ich so nah, ja, aber jetzt im Finale bin ich immer noch da. Ich schmeißer Portemikros einfach so in Fluss, beim Freistoß steh ich da wie mit einem Hexenschuss. Aber trotzdem kann mich irgendwer keiner leihen, aber das kann nicht an mir liegen, das tänn's mir nur neiden. Ich glaub, ich bin recht wunderschön, ich bin der Grocher, Baby, so why don't you like me? Der Messi, der zahlt keine Steuern und ich mach Charity, so why don't you like me? Ich bin ein Alleinerzieher, die Models, die mögen mich, so why don't you like me? Und wenn ich das Finale verliere, dann haben sie die anderen verschissen und gut ist mein Gewissen. Ich weiß echt nicht, warum ich keiner mag irgendwie.